Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Ein erfolgreicher Film braucht daher klare Botschaften und ein attraktives Erscheinungsbild. Mein Name ist Rudolf Bojanko und ich schaffe Unternehmermarken. Ich mache Einzelpersonen und Unternehmen ein Angebot, das den Gedanken des Personal Branding spannend fängt. Die Kunst ist es, ihre Geschichte an ein spezielles Material anzupassen, nämlich an das Format des Films. Es geht darum, mit den Bildern eine Geschichte zu erzählen, Ideen sichtbar zu machen und emotionale Botschaften zu transportieren. Und das auf hohem Niveau mit den exklusiven Aufnahmetechniken für Kinofilmen. Die ihre Chancen nutzen wollen, als Person in ihrem Markt zur Marke zu werden. Unverwechselbar, unkopierbar, einzigartig und authentisch. Die ihre Chancen nutzen wollen, mit Charme und souveränen Botschaften Kundenherzen zu gewinnen. Die damit Aufmerksamkeit erzeugen, die damit Marktvertrauen aufbauen und für ihr eigenes Angebot eine Nachfrage auslösen. Und wissen Sie was? Sie können auch dabei sein. Das ist doch cool, oder? Wir rücken auch Sie mit Ihrem persönlichen Master-Video gerne ins rechte Licht. Erfolg braucht ein Gesicht. Machen Sie Ihres zur Marke. Wir freuen uns auf Sie. Ein bisschen Zucker-��isch. Die meine Güzaree- Die dieifies dich für ver cleanup ist. Wir fragen uns auf Sie. Wir freuen uns auf Sie.